Musik Jawoll! Während einer ruhigen Nacht in Rui, entnehmen Agnäa und Hikari die Klänge eines wunderschönen Instruments. Die Geschichte beginnt. Hörst du das, Hikari? Diese Klänge sind wunderschön. Sie berühren mich im Herzen. Das ist eine Laute. Ein traditionelles Instrument aus Kuh. Musik Eine herrliche Melodie. Sie hat mich an meine Heimat erinnert. Auch heute sorge ich anscheinend wieder für Gesprächsstoff. Man nennt mich Homi, die Meisterin in der Tausend Töne. Oh, wie schön. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich viele, viele Stücke gelernt. Für jeden Anlass, jeden Ort und jede Person habe ich die passende Weise. Hast du meine Neugier geweckt? Könntest du noch ein Stück spielen? Gerne, aber ich bin nicht umsonst die Meisterin der Tausend Töne. Ich muss euch schon um einen kleinen Obolus bitten. Hikari, hast du etwas Geld dabei? Hm. Immer wird der Mann zur Kasse gebeten. So beginnt Agnäa und Hikari Akt 1. Mit Jomi sprechen. Ich spiele euch gerne etwas vor, aber alles in der Welt hat seinen Preis. Ja gut, wir bezahlen dich ja. Oh, mir juckt die Nase, tut mir leid. Ausnahmsweise. Ich habe eine Bitte. Eine Lautspielerin, die beim Wüstenvolk als Meisterin der Tausend Töne große Beliebtheit genießt. Sie kennt zahllose Lieder und wird für ihre Bewegungen auf die Bühne und das Publikum zugeschnittener Auftritte bewundert. Leicht das aus? Natürlich, dafür solltet ihr euer Lied bekommen. Wie 800 Silberblätter? Eines, das perfekt zu euch passt. Allerdings. Ich benötige etwas Zeit für die Vorbereitung. Morgen Abend könnt ihr dem Stück lauschen. Eine gute Vorstellung ohne gute Vorbereitung, nicht wahr? Wo ist es? Bleibt gespannt. Bis zur nächsten Nacht warten. Mal und zweimal. Schön, dass ihr gekommen seid. Und nun erfreut euch an den Tausend Tönen, die euren Herzen tief bewegen werden. Nanu, Yomi sieht irgendwie ganz anders aus als gestern. Ja, es scheint, als hätte sie unsere Vorauszahlung bereits in diesen feinen Gewänder investiert. Gerne hätte ich euch mit den Worten von gerade begrüßt, doch ich muss euch leider enttäuschen. Es gibt da nämlich ein kleines Problem. Und zwar, seht selbst, die Saiten müssen neu bespannt werden. Also kannst du wieder nicht für uns spielen? Auf einer Laute in diesem Zustand zu spielen, wäre alles, würde man mit einem zerbrochenen Schwert in den Kampf ziehen. Das jäht natürlich wirklich nicht. Die Saiten einer Laute sind mit rosa Haar bespannt, richtig? Genau, es gibt einen Stall in der Nähe, doch der Besitzer ist ein äußerst spurer Kerl. Mit einer Reisenden, wie mir würde er nicht mal ein Wort wechseln. Verstehe, mein Vater ist auch so jemand. Dann kannst du ihn ja vielleicht überzeugen. Darf ich auch auf dich zählen, Agnea? Sicher doch, das mache ich mit links. Jemand ein rosa Haar abschwatzen. Na gut, machen wir. Rosa Haar. Du brauchst rosa Haar, also gut. Ausnahmsweise würde ich dir welches geben. Hehehe. Jomis, das rosa Haar geben. Machen wir. Jomi, wie ist das hier? Welch edles rosa Haar. Du hast anscheinend ebenfalls ein Talent dafür, die Herzen der Menschen zu bewegen. Hehehe, meinst du? Nun kann ich das Beste aus meinem Instrument herausholen. Doch die rechte Zeit ist noch nicht gekommen. Komm morgen wieder, damit ich euren Herzen mit meiner Musik erfüllen kann. Boah, die geht mir aber langsam richtig auf die Nerven, ne? Und wieder aufgeschoben. Oh, Freude ist die schönste Freude. Lass uns geduldig sein, Hikari. Dass du immer so positiv sein kannst. Zu einem Hügel mit Mondblick begeben. Machen wir das mal. Oh, hier. Nicht? Äh? Auch weiter? Nö. Andere Seite vielleicht? Ne, auch nicht. Aber das ist doch ein Mondblick. Und dann muss ich hier irgendwas Besonderes machen. Um was scheinlich falsch zu machen. Gleich mit ihr nochmal reden. Ach so. Und er ist sie. Okay. Okay. Ah, gefunden. Oh, willkommen, meine erhaften Gönner. Du kannst doch nicht einfach so verschwinden. Wir haben nach dir gesucht. Verzeih, das war wirklich nicht nett von mir. Aber der Mond ist heute so atemberaubend schön. Das ist er in der Tat, Freunde. Wow. Oh ja, das ist er. Sehr schön gemacht, Freunde. Ich möchte, dass ihr dieses Lied im Mondschein hört. Ja, dann lass mal krachen jetzt hier. Die schönste Kleidung, das beste Instrument und dazu eine wundervolle Bühne. Bahnt sich zwischen Ikari und Agnia etwas an, Freunde. Wir werden es erfahren. Wir bleiben gespannt. Habt Dank, ihr beiden. Nun ist alles perfekt. Ich hoffe, das ist ein langer Weg bis hierher. In der Tat, doch nun lauscht mein Lied. Wenn die Nacht sich senkt und dein Blick am Spiegel hängt. Bis ans Ende dieser Welt. Schönes Pärchen übrigens, finde ich. Die werden wirklich ein gutes Paar abgeben. Ikari, der große Krieger. Und sie, die eifere Tänzerin. Wollte gut zusammenpassen, wie ich finde. Einfach bezaubernd. Dieses Lied habe ich zum ersten Mal gehört. Ich fühle mich so ergriffen. Doch zugleich überkommt mich auch Trauer. Licht des Herzens hat eine ganz besondere Bedeutung für mich. Man muss es im Mondschein in festlicher Kleidung auf der Laute spielen. So gebietet es die Tradition. Yomi, warum hast du dieses Lied für uns ausgesucht? Ich habe dieses Lied schon einmal gehört. Eins hatte ich eine gute Freundin, die oft auf der Laute spielte. Sie hieß Zuki und ihre Musik spiegelte sich die Reinheit ihres Herzens wieder. Einst? Doch als du es gespielt hast, klang es anders. Meine Töne erzählten von Traurigkeit. Meine Vorführung ist hiermit beendet. Bitte entschuldigt mich. So endet Agnia, Hikari und die Weltkreuzung. Gott. Tu bist Und da.